Was die Pfalz auszeichnet. Für mich ist es die Vielfalt an Böden und damit verbunden ein wunderbares Bouquet von herausragenden Weinen. Vor 20 Millionen Jahren lag ein maritimer Salzgeruch in der Luft. Der Geruch ist verflogen, der Kalkstein vielerorts geblieben. So etwa oberhalb von Kallstadt auf einem Hochplateau, der Kallstadter Steinacker. Doch wofür steht die Pfalz noch? Natürlich für einzigartige Bunzahnsteinterroirs. Denn nicht nur als Baumaterial für Burgen, sondern auch als Grundlage für exzellente Weine. Gießlinge aus der weltbekannten Lage Forsterungeheuer sind ein Beweis dafür. Schon gewusst? Verborgen unter dem Meer lag vor Millionen Jahren. Ein riesiges Schiefergebirge. Nur an einem kleinen Fleck am Hartrand treten heute einige dieser Urgesteine an die Oberfläche. Der Burweiler Schäber, die wohl bekannteste Schieferlage der Pfalz. Nicht zu vergessen ist das Rotliegende. Eines der ältesten Gesteine in der Pfalz. Windgeschützt am Rand des Pfälzerwaldes in einem Talkessel liegt der Birkweiler Kastanienbusch. Die einzige Lage mit Rotliegenden in der Pfalz. Die Pfalz, ihre Böden und die entstehenden Weine. Ein Zusammenspiel der Genüsse. Kommt vorbei. Die Pfalz ist immer eine Reise wert. Die Pfalz ist immer eine Reise wert. Die Pfalz ist immer eine Reise wert. Die Pfalz ist immer neugierprisedig und nicht in einem 작은 Organiskt con sich. Kommt vorbei.